Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um das Sortieren von Listen. Das geht natürlich nur, wenn ihr irgendeine Ordnung darauf habt. Das heißt, in unserem Fall erstmal mit Integern zum Beispiel, aber das ist ja kein Problem. Haben wir in dem Fall auf jeden Fall. Es geht nachher auch noch auf andere Art und Weise und die werde ich euch zeigen. So, das grundlegende Sortieren ist super easy. Das heißt, wir werden hier erstmal sagen, okay, ich hätte ganz gerne BasicList.Sorted. Und das ist auch tatsächlich schon alles, was ihr da braucht. Das sortiert euch diese Liste schon automatisch. Und zwar nach, ja, eben aufsteigender Art und Weise. Das heißt, 0, 1, 2, 3, 4, 4. Welche 4 jetzt welche ist, kann man leider nicht genau sagen, weil sie ja exakt gleich groß sind. Und im Endeffekt wird aber normalerweise die vordere 4 hier zuerst verwendet. Aber genau, das kann man hier im Endeffekt nicht sehen, weil beides sind 4er. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das andersrum zu sortieren. Das heißt, wir können hier SortedByDescending haben. Und dort müsst ihr allerdings leider eine Lambda-Funktion eingeben. Ihr könnt natürlich auch irgendwas Fanziges in diese Lambda-Funktion reinschreiben. Aber im Normalfall werdet ihr immer einfach nur It verwenden. Das ist genau dasselbe im Endeffekt, nur dass ihr hier quasi von oben nach unten sortiert. Das heißt, ihr sortiert im Endeffekt von oben nach unten runter, indem ihr hier das Element selbst vergleicht. Das heißt, ihr könnt hier, ihr könnt natürlich auch irgendwie sagen, hey, ich möchte jetzt, wenn es mal 2 gerechnet wird, vergleichen. Aber im Normalfall sollte das eigentlich bei einer Sortierung keinen Unterschied machen, weil die Elemente an sich werden trotzdem so übernommen. Also es wird nicht irgendwie das Element dann mal 2 genommen, sondern Element mal 2 wird verglichen und anhand von mal 2 wird dann eben sortiert. Das kann sinnvoll sein, wenn ihr zum Beispiel mit Gleitkommazahlen arbeitet, dass ihr hier die Möglichkeit habt, die Elemente zu runden. Ja, auf eine gewisse Nachkommastelle, damit der Sortiervorgang irgendwie schneller ist oder sowas. Aber dann kann es natürlich auch zu Rundungsfehlern und Sortierfehlern da entsprechend kommen. Das heißt, im Normalfall werdet ihr immer nur id brauchen. So, ich werde jetzt hier tatsächlich nochmal den anderen Call auch reinschreiben, damit ihr nachher wieder alle zur Verfügung habt und quasi eine Referenz gebildet wird, könnte man sagen. So, es gibt natürlich jetzt auch noch die Möglichkeit, ein bisschen komplexer zu sortieren. Und das geht mit Sorted auch. Das heißt, wir können hier unseren eigenen Komparator angeben. Das machen wir, das war einfach der falsche Finger, sorry. Das machen wir mit SortedWith und hier können wir dann einen Komparator angeben. Komparator. So, vom Typ Int. Jetzt wird es ein bisschen schaurig, ein kleines bisschen zumindest, weil wir im Endeffekt ein Objekt erstellen von einem anonymen Typen oder von einem Typen, den wir so gar nicht instanziieren können. Das ist ein bisschen weird, aber es funktioniert schon. Das ist nicht so schlimm. Wir können hier auch einfach eine neue Zeile reinschreiben und schon haben wir eigentlich alles. So, dieser Komparator, der braucht erstmal eine Lambda-Funktion im Endeffekt. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, a und b reinzuschreiben und die werden abgebildet auf. Und dieses abgebildet auf können wir hier jetzt definieren. Wir können einfach sagen, a größer b, das geht. Beziehungsweise, das geht in dem Fall leider nicht, weil wir hier kein Boolean brauchen, sondern wir brauchen drei Werte. Drei Werte, beziehungsweise sogar einen Integer-Wert oder einen generellen Zahlenwert. Und ja, wenn der negativ ist, hat quasi b gewonnen. Wenn er positiv ist, hat quasi a gewonnen. Das heißt, was wir jetzt hier machen, ist erstmal, wir machen das mit einem when. Und ja, da können wir quasi alles reinschreiben. Nur, dass wir für einen when nochmal Klammern brauchen. Die mache ich jetzt aber mal so. So, und jetzt sagen wir hier, wenn a 4 ist, dann ist das hier 1. Ansonsten ist b vielleicht 4. Dann ist es minus 1. Und ansonsten, else, ist unser Ergebnis b minus a. Okay? Aups, ich habe den Fall vergessen. Ist natürlich unser Ergebnis b minus a. So, und dann gucken wir mal, was bei diesem Sortierdingens rauskommt. Nun, wir sehen hier, wir haben 3, 2, 1, 0. Und das ist im Endeffekt von oben nach unten sortiert. Aber die beiden Vierer sind ganz hinten. Das heißt, wir haben quasi die beiden größten Elemente ganz nach hinten geschoben. Das heißt, wir haben gesagt, hey, schau mal, das sind eigentlich meine größten Elemente in dem Fall. Und ansonsten haben wir gesagt, ja gut, wir drehen das genau um. Jetzt sortieren wir absteigend, außer eben die beiden Größen. Wir können es natürlich auch umdrehen. a minus b schreiben, das wäre dann die normale Schreibweise. Das wäre dann aufsteigend sortiert. Dann sehen wir hier 0, 1, 2, 3. Und dann eben hier 4 oder 4. Wobei wir dadurch natürlich gewonnen haben. Wir können aber auch das Ganze so machen, dass wenn b 4 ist, dann ist es auf 1. Das heißt, wir kriegen zufälligerweise eben hier vorne eine 1 hin, eine 4 hin. Und hier hinten kriegen wir auch eine 4 hin. Also ihr könnt damit machen, was ihr im Endeffekt haben wollt. Wie gesagt, b gewinnt, wenn es hier minus 1 ist. Also das heißt, b ist quasi die größere Zahl, wenn je größer oder je negativer die Zahl ist. Also im Endeffekt geht es ja immer darum, was ist jetzt von den beiden hier die größere Zahl. Und wenn b die größere Zahl ist, beziehungsweise b ist die größere Zahl, wenn hier was Negatives bei rauskommt. Also kleiner als 0. Und a ist die größere Zahl, wenn was größer als 0 rauskommt. Und wenn beide gleich groß sind, dann kommt ein gleich raus. Das heißt, wir geben hier einfach mal 0 an. Dann werden wir auch was Faszinierendes feststellen. Und zwar hier vorne wird nicht sortiert. Also das heißt, wir haben hier, wie wir sehen können, 1, 2, 0, 3. Ja, das ist unsere normale Reihenfolge von der Liste. Also wir müssen jetzt den Teil hier nehmen. Das finden wir hier wieder. Die vier Elemente sind absolut gleich groß. Aber sowohl diese vier als auch diese vier sind halt die besonders großen Zahlen. Das heißt, die kommen ans ganz, ans hinterste Ende von unserer Liste. Und deswegen haben wir hier das Ganze so extra definiert. Also quasi die beiden Elemente bitte nach ganz groß schieben. Also das sind quasi unsere beiden größten. Und der Rest, die sind alle gleichwertig. Das heißt, da gibt es keine Sortierung im Endeffekt. So, wir machen hier mal wieder B-A rein, weil ich das irgendwie die spannendste Variante fand. Und ja, das ist es eigentlich auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.